Wusstest du schon, dass jede Seele eine einzigartige, wundervolle Reise durch verschiedene Leben und Dimensionen unternimmt, um zu wachsen und sich spirituell weiterzuentwickeln? In diesem Podcast Seelenwege lade ich dich ein, die tiefen Geheimnisse dieser Reise zu entdecken und deine eigene Seelenbestimmung zu finden. Stell dir vor, du könntest die Zeichen des Universums verstehen und die wahre Bedeutung hinter jeder Begegnung und Herausforderung erkennen. Denn das wirst du heute in diesem Podcast von mir erfahren. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nerejana Kardinal. Ich bin Therapeutin, Autorin und Heilmedium. Gemeinsam werden wir tief in die Welt der Seelenverträge eintauchen. Auch werden wir die tiefere Bedeutung von Synchronicitäten und Lebensaufgaben erforschen und lernen, wie du deine innere Stimme klarer hören kannst. Mach Wir beginnen mit den Seelenverträgen. Stell dir vor, bevor du geboren wurdest, hast du dich mit anderen Seelen in einer liebevollen himmlischen Umgebung getroffen. Dort habt ihr beschlossen, euch in diesem Leben wieder zu begegnen, um bestimmte Lektionen zu lernen und gemeinsam zu wachsen. Diese Abmachungen nennen wir Seelenverträge. Vielleicht hast du eine Person in deinem Leben, die dich immer wieder herausfordert und dir das Leben schwer zu machen scheint. Es könnte ein strenger Elternteil, ein schwieriger Chef oder ein herausfordernder Partner sein. Diese Begegnungen sind nicht zufällig, denn sie basieren auf Seelenverträgen, die ihr gemeinsam geschlossen habt, um bestimmte Aspekte eurer selbst zu entdecken und weiterzuentwickeln. Diese Personen zum Beispiel könnten in einem früheren Leben ein enger Freund oder sogar ein Familienmitglied gewesen sein, der sich bereit erklärt hat, dir in diesem Leben auf diese Weise zu helfen. Obwohl es schwer sein mag, diese Herausforderungen zu akzeptieren, führen sie dich letztendlich zu einem tieferen Verständnis deiner Selbst und deiner inneren Stärke. Jetzt kommen wir zu den Synchronicitäten. Hast du jemals erlebt, dass dir immer wieder bestimmte Zahlen begegnen oder dass du zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist? Diese scheinbaren Zufälle sind in Wirklichkeit Synchronicitäten. Das Universum spricht mit dir und gibt dir Hinweise auf deinen Seelenweg. Ein Beispiel für dich. Stell dir vor, du hast das Gefühl festzustecken und weißt nicht, in welche Richtung du dein Leben lenken sollst. Plötzlich triffst du jemanden, der dir genau die Informationen oder die Inspiration gibt, die du brauchst. Oder du findest ein Buch, das dir neue Perspektiven eröffnet. Diese Synchronicitäten sind wie kleine Wegweiser des Universums, die dich auf deinem Seelenweg unterstützen. Es ist so, als ob das Universum dir zuflüstert. Du bist auf dem richtigen Weg. Vertraue und folge den Zeichen. Also wenn du solche Zeichen entdeckst, dann zögere nicht, diesen Impulsen zu folgen, denn das ist etwas, was auf deinem Seelenweg liegt. Nun kommen wir zur Lebensaufgabe. Deine Lebensaufgabe ist der zentrale Grund, warum du gerade hier in diesem Moment auf der Erde bist. Sie ist oft tief in deinem Herzen verwurzelt und zeigt sich durch deine Leidenschaften, Talente und das, was dir tiefen inneren Frieden bringt. Stell dir vor, du hast schon immer eine Leidenschaft für das Schreiben gehabt, aber nie den Mut gefunden, es ernsthaft zu verfolgen oder umzusetzen. Eines Tages, nach vielen beruflichen Enttäuschungen, beschließt du, deinem Herzen zu folgen und ein Buch zu schreiben. Dieses Buch berührt viele Menschen und inspiriert sie, ihre eigenen Träume zu verfolgen. Deine Lebensaufgabe könnte darin bestehen, durch das Schreiben Licht und Inspiration in die Welt zu bringen. Es ist eine Aufgabe, die nicht nur dich erfüllt, sondern auch das Leben vieler anderer bereichert. Es kann auch sein, dass deine Lebensaufgabe weniger offensichtlich ist und sich erst nach vielen Erfahrungen und innerer Arbeit enthüllt. Manchmal führen uns die größten Herausforderungen direkt zu unserer wahren Bestimmung. Es geht darum, auf die innere Stimme zu hören, mutig zu sein und den Weg des Herzens zu gehen. Und dann kommen wir zu dem Seelenpartner ein weiteres faszinierendes und tief berührendes Thema, was dir in deinem Leben begegnen kann. Ein Seelenpartner ist jemand, mit dem du eine tiefe spirituelle Verbindung teilst, die über dieses Leben hinausgeht. Diese Begegnung kann dein Leben transformieren und dir helfen, dich auf eine Weise zu entwickeln, die du dir niemals hättest vorstellen können. Ein kleines Beispiel für dich. Stell dir vor, du triffst jemanden und fühlst sofort eine tiefe Vertrautheit, als ob ihr euch schon seit Ewigkeiten kennt. Diese Person versteht dich auf einer Ebene, die über Worte hinausgeht und ihr unterstützt euch gegenseitig in eurer spirituellen Entwicklung. Ein Seelenpartner bringt oft sowohl Freude als auch Herausforderungen in dein Leben. Denn durch diese intensive Beziehung werden alte Wunden geheilt und tief verborgene Aspekte deiner Seele ans Licht gebracht. Es ist eine Verbindung, die dich lehrt, was wahre, bedingungslose Liebe bedeutet und die dich dazu inspiriert, dein höchstes Potenzial zu erreichen. Es ist wichtig, dass dein Seelenpartner nicht immer ein romantischer Partner sein muss. Es kann auch ein enger Freund oder ein Familienmitglied sein. Die Essenz dieser Beziehung liegt in der gegenseitigen Unterstützung und dem gemeinsamen spirituellen Wachstum. Und so möchte ich dich wirklich ermutigen, dich auf deine eigene Seelenreise einzulassen. Erkenne die Seelenverträge, die du geschlossen hast. Achte auf die Synchronicitäten in deinem Leben und finde den Mut, deine Lebensaufgabe zu entdecken und zu leben. Und wenn du Glück hast, deinen Seelenpartner zu begegnen, sei dankbar für diese tiefgehende transformative Verbindung. Denn jede Herausforderung, jede Begegnung und jedes Zeichen sind Teile des wundervollen Mosaiks deiner Seelenreise. Und somit ist auch jeder Mensch, den du treffen wirst, sehr wichtig. Denn jeder Mensch hat eine bestimmte Botschaft für dich, die dich weiterbringen wird. In jeder Richtung darfst du das sehen. Es können Botschaften sein, die dich vielleicht im ersten Moment ein bisschen belasten. Aber es können auch Botschaften sein, die dich sofort positiv inspirieren. Und beides ist berechtigt und sehr wichtig. Denn nur dadurch kann deine Seele wachsen. Ich hoffe, dass dir mein Podcast gut gefallen hat und du dich jetzt ein bisschen besser verstehen kannst. Und wenn du tiefer in das Thema eintauchen möchtest und noch mehr über deine eigene Bestimmung und deinen Seelenpartner erfahren möchtest, lade ich dich herzlich zu unserem Webinar Finde deinen Seelenweg ein. Hier werden wir gemeinsam verschiedene Techniken und Übungen durchgehen, um dir zu helfen, deine wahre Bestimmung zu entdecken und deinen Seelenweg klarer zu sehen. Ich werde dir auch zeigen, wie du eventuelle Hindernisse von deinem Seelenweg entfernen kannst und wie du deine Wünsche oder die Dinge, die dir sehr wichtig sind, auf deinen Seelenweg platzieren wirst. All dies würde helfen, dein Leben auf der Erde leichter zu leben und in deine Kraft zu kommen. Und so freue ich mich schon auf den nächsten Podcast. Und wenn dir das hier gefallen hat, darfst du gerne meinen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Denn dann wird dir jedes Mal, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe, eine Benachrichtigung geschickt. Und so teile meinen Podcast und schreibe mir gerne unten in die Kommentare, ob du schon deinen Seelenpartner getroffen hast und ob du schon gemerkt hast, wie es ist, wenn du einen Menschen triffst, der eine Botschaft für dich hat. Ich umarme dich und danke dir für dein Licht. Deine Nirjana Deine Nirjana Deine Nirjana